Ja hallo, ich bin der Andi von Herr von Schwaben und ich mache mit bei der ANS-Challenge. Ich bin jetzt ganz mutig und esse einfach mal. Einmal so. Ist das so gut? Komplett. Während noch gekaut wird, wir machen ja aufmerksam auf die Krankheit und gegen die Krankheit, um die Forschung zu unterstützen, dass dagegen was getan wird. Und was toll ist, man darf drei weitere nominieren. Wenn wir gerade beim Food Food sind, unteressen. Ich nominiere den Heimattruck, den Heiko, die Kathrin von Ferrella und den Werner Zehenbauer von... was amigel. Viel Spaß.